Ich möchte euch die CarCam One zeigen von Acme. Sie ist im Internet für glaube ich unter 100€ zu haben. Das ist die Kamera mit einer bewegbaren Linse und einem Display. Hier hat man den Micro SD Slot, einen USB Adapter glaube ich ist das und das eigenes 10-Polybogen-Stromanschluss hätte ich gesagt ist das. Im Zubehör dabei ist eine Kfz-Ladestation, ein Adapter um es gleich am Fernseher anzuzeigen und eine Kfz-Halterung mit einem Saugnapf. Das wird ganz einfach da dran gepackt, fertig installiert. Der Vorteil an der Kamera ist, sie hat ein Farbdisplay, wo man das Objektiv getrennt vom Halter bewegen kann. Und ich sehe das als einen sehr großen Vorteil anderen Kameras gegenüber, da man immer ungefähr sieht, wie weit der Winkel von der Kamera jetzt ist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal.